Warum hat damals Biogena die NAVAX mit ins Boot geholt? Es wurde erkannt, hey, die KI hat Potenzial, das will man unbedingt ausschöpfen. Das Know-how ist nur nicht immer im eigenen Haus. Und besonders hier war es dann die Möglichkeit, dass man auf NAVAX zurückgreifen kann, einen starken Partner holen kann, der eben auch Know-how in diesem Bereich hat und dann eben auch, ganz wichtig, dieses Know-how auch an Biogena übertragen kann und das auch hier als Ziel definieren kann. Hey, wir wollen diese neue Technologie kennenlernen, helft uns dabei und bitte helft uns dabei, das zu lernen und zu verstehen. Und dadurch hat die Zusammenarbeit dann auch so gut funktioniert und eine Win-Win-Situation für beide Seiten erzielt.